Emma, ein zauberhaftes Wintermärchen, Kapitel 5 von 10, Heinrichs große Prüfung. Herrlich war der Morgen, hell, kühl und klar. In der Nacht war der erste Schnee gefallen und alles glitzerte so zauberhaft schön in der sanften Morgensonne. Die Geräusche klangen gedämpft, wie in Watte gepackt, und Emma stellte voller Vorfreude fest, heute war der erste Advent. Das kleine Eichhörnchen holte Äpfel und Nüsse heraus und gruppierte sie liebevoll zwischen Kiefern, Zweigen und Tannenzapfen. Das sah sehr hübsch aus, und Fussel, ihre geliebte Hausspinne, zog kleine Samen wie Perlen auf die Schnüren und wob einen wunderschönen Fensterschmuck in Form eines kleinen Schneemanns. Nachher bauen wir noch einen echten, versprach Emma, und Fussel hüpfte vor Freude. Doch nun auf zur uralten Tanne. Heute war Emma mit Heinrich verabredet, aus dem nördlichen Tannenwäldchen, um ihnen zu zeigen, wie man im nassen Schnee Feuer macht. Und irgendwie zauberte es ihr immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie an den Eichkader dachte. Fussel musste auch mit, nicht nur, dass bald ihr Kurs begann und sie den Waldbewohnern das Stricken lernen wollte, sondern heute wurde auch aus dem nördlichen Territorium durch Heinrich die dazugehörige Wolle geliefert, und auf die war sie schon sehr neugierig. In der ehrwürdigen Halle der Muttertanne angekommen, wartete auch schön Opa Bertram auf sie. Hast du auch alles, was du brauchst? fragte er fürsorglich. Ich werde mit ihm zusammensammeln gehen, antwortet das kleine Eichhörnchen. Dann sieht er gleich, was wir alles brauchen und wo wir es finden. Der alte Maulwurf nickte zufrieden. Und da sah Emma auch schon ihren Vater, der zusammen mit Heinrich und noch drei Helfern eine große Ladung Wolle in die Halle brachte. Sie dampften von der Anstrengung im Schnee und brachten gute Laune und fröhliche Lieder mit. Freudig begrüßte das kleine Eichhörnchen ihre Artgenossen und half dabei abzuladen. Der Vater umarmte sie wild und neckend und Heinrich ertappte sich, wie er Emma beobachtete und ihre Liebe und zupackende Art mochte. Der gute Dachs hatte für alle heißen Tee und Suppe bereitgestellt und nach einer kurzen Verschnaufpause wollte Emma auch schon los, um Heinrich das Geheimnis des Feuers zu lernen. Es gab viel zu tun, also los, der herrliche Schnee wartete bereits. Das junge Eichhörnchen hängte sich ihrer Tasche mit der Schneeflocke um, die ihr Fussel aus Gras gefertigt hatte. Darin war alles, was sie benötigte, die Glasscherbe von der Sonne, ein leeres Kuhhorn und zwei kleine Feuersteine. Heinrich bestaunte die feine Machart und besonders die zarte Schneeflocke. Das ist Fussel, ihr Zeichen, erklärte Emma. Darin kann jeder sehen, dass das ihre Arbeit ist und keiner kann die Maschen so schön knüpfen wie meine kleine Freundin. Emma lächelte in liebevollen Gedanken an ihre kleine Spinne. Wenn ich doch nur mehr Farben für sie besorgen könnte. Fussel liebt es, farbenfrohe Muster zu verarbeiten. Die beiden Eichhörnchen machten sich auf den Weg und jagten verspielt die Bäume hoch und runter und quer durch das Wäldchen. Und Emma stellte glücklich fest, dass Heinrich ihr nicht nur mühelos folgen konnte, sondern auch sehr umsichtig hier und da wortlos die Richtung korrigierte, wenn sich Schneewehen auftaten oder tiefhängende Äste drohten zu brechen. Emma berührte das sehr. So kamen sie schnell beim Birkenhain an. Hier finden wir Futter für das Feuer, Birkenrinde und auch der Birkenschwamm brennen sehr gut, selbst wenn alles nass ist. Nimm nur ein Stück von der Rinde und nie einen ganzen Ring, sonst könnte der Baum sterben. Lass uns lieber nach alten oder umgestürzten Birken suchen und weiße Rindenhaut einsammeln. Zu zweit kamen sie schnell voran. Nun brauchen wir nur noch trockenes Reisig und Holz. Das findet man gut unter dichten Bäumen oder im Unterholz. Und sie legten alles bereit. Emma begann zu erklären. Wie jedes Wesen braucht auch das Feuer ein Nest, in welchem es sich wohlfühlt und wachsen kann. Wir als Hüter geben ihm dieses Hain, nähern und beschützen es. Dennoch, das Wichtigste am Feuer ist die Balance, hat mir die Sonne gesagt. Und das nehme ich sehr ernst. Die Balance? fragte Heinrich sehr genau nach. Ja, ist das Feuer zu schwach und klein, dann geht es aus und es ist sehr schwer, ein neues zu machen. Fütterst du es zu stark, dann wird es wild, bricht aus und kann deinen ganzen Wald vernichten. Ich verstehe. Und wie finde ich diese Balance? Indem du als Hüter schaust, was das Feuer braucht, aber es in einen Bereich setzt, wo es nur verzehren kann, was du ihm gibst. Ideal ist eine Grundlage aus Stein, Kies oder Sand. Wasser mag es gar nicht, Schnee auch nicht, das schwächt es. Halte es gesund und stark, aber von den Bäumen fern, so zähmst du es. Heinrich dachte lange nach und Emma fuhr fort. Das Feuer hilft gerne, uns warm zu halten oder Nahrung zuzubereiten. Ohne es erfrieren wir hier im Norden und viele Schwache würden verhungern oder an Vereinsamung vergehen. Es kann uns Trost spenden und das Herz erwärmen, Gesellschaften zusammenführen und ein Freund sein. Wenn du draußen keinen Unterschlupf findest und allein bist, hüte es in Liebe, dann ist es immer für dich da. Heinrich war tief berührt. Er hatte noch nie jemanden getroffen, der so gesprochen hat. Emma baute mit Steinen einen Ring auf, der das Feuer vor Wind und den Wald vor dem Feuer schützen sollte. Darin legte sie Birkenrinde aus, baute ein Nest aus roher Kolbenfusseln, Zweiklein- und Porlingscheiben. Dann holte sie die Glasscheibe hervor, schabte die Birkenrinde zu Pulver und schnitt den trockenen Pilz zu feinsten Scheiben. Mit der Linse kann man im Sommer mithilfe der Sonne gut Feuer machen, doch die Sonne ruht zur Zeit. Deshalb brauchen wir die Feuersteine. Mit ihnen Feuer zu machen, ohne Stahl, ist die schwerste Kunst. Sie rupfte sich feinstes Haar aus ihrem seitigen roten Fell und ergänzte das Nest mit ihrem Zunder. Es ist soweit, Heinrich. Versuche es. Ich werde dich unterstützen. Der Eichkater sah sie fragend an. Ich glaube, es ist leichter, wenn du dich zu mir setzt und das tust, was ich tue, antwortet sie. Heinrich kam herüber, hockte sich dazu. Ihr so nah zu sein, wärmte sein Herz sehr. Emma führte die Feuersteine zusammen. Die Funken bei der Kälte und Nässe zum Springen zu bringen, ist fast unmöglich. Schlage die Feuersteine an den Birkenrindenpulver und den Haaren, hundertfach, tausendfach, gegeneinander, bis ein Funke das Nest entzündet. Es war anstrengend, zäh, frustrierend und unendlich langatmig. Doch Emma blieb beharrlich. Heinrich war immer wieder kurz davor, verzorn zu bersten. Aber es ging ja nicht um Gemütlichkeit oder eine warme Suppe, sondern symbolisch um das Überleben der Gemeinschaft. Es dauerte schier endlos. Dem Eichkater schmerzten alle Muskeln. Immer wieder rutschte er ab und schnitt sich an den scharfkantigen Steinen oder haute sich auf die empfindlichen Finger. Verzorn begann er zu knurren und zu fauren. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Wenn du wütend bist, verletzt du dich nur noch mehr, sagte Emma sanft, um den Druck herauszunehmen. Es liegt nicht an deinem Können. Es geht hier einzig um beständische Wiederholungen. Jeder Fastfunke versenkt den Zunder etwas mehr und erleichtert so dem nächsten Funken, besser zu greifen. Daher sammeln wir auch halb verbrannte Holzreste. Sie erleichtern das nächste Anzünden. Nach dem gefühlt millionsten Versuch, unendlich vielen Schnitten und blauen Flecken, rauchte es im Zunder. Das war der Moment, auf den beide so gewartet hatten. Sie sprangen freudig auf. Jetzt ganz sanft Luft hineinpusten, den Zunder nach und nach hinzugeben und es entstand das erste kleine Flemmlein. War das eine Freude. Sie fielen vor Glück und Erschöpfung einander in die Arme. Heinrich hatte Feuer gemacht und buchstäblich die erste Feuertaufe überstanden. Was für eine unbeschreibliche Leistung. Sie freuten sich wie die Kinder und all die Anspannung fiel von ihnen ab. Sie konnten sich gemütlich ans kleine Lagerfeuer setzen und nun einander austauschen. Nun mussten sie nur noch das Feuer nähern und etwas Glut schaffen. Das dauerte ein Weilchen, währenddessen sie beisammen saßen und herzlich lachten und erzählten. Dann war es soweit. Das Glutbett war erschaffen. Emma überreichte Heinrich feierlich das leere Kuhorn, welches Fussel mit Trageriemen versehen hatte und sprach. Ich gratuliere dir, Heinrich, aus den nördlichen Tannenwäldchen. Du hast die Prüfung bestanden und dich als ein würdiger Hüter des Feuers erwiesen. Zur Erinnerung und um die Glut tragen zu können, überreiche ich dir dieses Horn. Fülle es mit etwas Asche und darin die Glut. Verschließe es mit einem Stein und du kannst den Funken auch mit dir führen. Und sie beugte sich vor, um ihm das Horn anzulegen und einen Kuss auf die Wange zu hauchen. Heinrich schwieg ergriffen und sah sie nur an. Kehre nun heim zu deinen Lieben und entzünde das erste Licht. Heute ist der erste Advent und bald schon steht uns die längste Nacht des Jahres bevor. Doch du hast jetzt ein Licht entfacht. Für dich und die, die dir nahestehen, bring es heim. Doch nun auf auf ins sechste und nächste Kapitel. Fussels großer Augenblick.